Überall wird fleißig gebaut. Und in der Frühstückspause ist ein kräftiger Schluck aus der Flasche immer willkommen. Ja, Durst wird durch Bier erst schön. Soll ich euch noch ganz gut oder was? Ja, wird kein Bier gesoffen. Schon ja nicht am ersten Probetag. Wie kein Bier? Soll ich hier sonst auch ins Breit oder was? Frühstück ist auch erst in zwei Stunden. Und da wird auch kein Bier gesoffen. Was denn, das war Frühstück ohne Bier. Wie soll ich mein scheiß Brötchen hingerkriegen? Da steck ich dran, Mann. Lass den Mischer aus, da ist Bier drin. Oh, das ist doch nicht normal. Jeder weiß doch, dass mein Mischer Bier kühlt. Ein Finger hier. Guck dir das rein. Verpisst euch von meiner Faustelle! Warte, wieso ich nicht hier? Komm, Gustav! Du, rein das auf! Glockenstreets!